Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan und ja, willkommen zu einer Klarstellung und dann folgt gleich der Zombie-Part, also ich möchte hier nur mal was klarstellen und zwar, ich bin jetzt nicht wirklich so, wie ihr in den letzten Zombie-Modus-Part gesehen habt, also wirklich streng und ich hab den Electric ja ziemlich, ziemlich fertig gemacht also Entschuldigung, Electric, dafür mal, also das lag einfach daran, weil ich einen sehr, sehr schlechten Tag hatte und die meisten lesen ja nicht die Kommentare, ich hab mich extra noch entschuldigt bei dem Electric in den Kommentaren also, naja, entschuldigt kann man das nicht nennen, ich hab einfach gesagt, dass ich einen schlechten Tag hatte und dass er besser mit den Granaten umgehen konnte im Rape Train, weil ich ihm ja verboten hatte, dass er Granaten bei mir werfen darf also er darf es nicht mehr, also nehmt mir das bitte nicht übel, ich hatte einfach nur einen schlechten Tag die meisten Leute von euch wissen, wie das ist, wenn man einen schlechten Tag hat also denkt bitte nicht, ich bin arrogant und ein, das größte Arschloch der Welt ähm, den Leuten, ja, ja, denen, die ich jetzt wirklich so verletzt habe, ähm, da tut's mir echt leid und ja, tut, also, nehmt das einfach hin, ich war einfach nur schlecht gelaunt, ähm, schaut es euch trotzdem an und, ja, jetzt geht's weiter mit dir im fünften Zombie Part, viel Spaß dabei ja, random grenade wenn ich jetzt jemanden treffe, ach schade random grenade, random grenade, random grenade du darfst in deinen Raum gehen, wenn du willst ja ja, ich will meinen Daumen so hier ist so langweilig, hier fühlt man sich übel gefangen und nur wirklich im Notfall im Notfall die Donner kann auch nicht benutzen ja aber eigentlich kannst du jetzt eigentlich alles verballern, weil wir jetzt dann bald wieder Affen bekommen, glaube ich nicht anvisieren wenn du rückwärts laufst tue ich nicht und wieder mit Dings rumlaufen weil ich glaube, du kannst nicht genug schnell, äh, schnell, schnell genug wechseln ok 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 Python irgendjemand Says zu dir und ich bin tot hättest früher sagen müssen gut ich bin ja sowieso hier drin mir kann sowieso nicht viel passieren ich brauche noch Punkte also lass mich mal ein paar Punkte machen Björner darfst du gerne Nh 마지막 mal bis mehr kommen verdammt ich habe keine perks mir das kotzt mich langsam an was ist los bin darunter geflogen ja weißt du auch runter geht verdammt schon wieder das gibt's nicht ich wollte dir helfen und dann verdecke ich selber hause mal weg hause mal weg und los ok danke egal das hat jetzt sowieso jetzt kein unterschied gemacht ob ich jetzt schon wieder verdeckt bin oder nicht er ist ein crawler noch ja lass dir mal oder warte ich kann mir jetzt eigentlich nichts kaufen ja kannst du fertig machen warte lass mich in fertig machen ach schade ich brauche auf jeden fall punkte weil ich mir erst mal dings holen muss ja noch welche perks hast du okay jagger noch wiederbeleben und den okay du gehst zu jagger noch du gehst zu jugger noch und rief und ich gehe zu speed cola obwohl ich nicht so viel leben habe und ich glaube ich gleich wieder vertreten werde also speed cola ist nicht am verlieren sehe ich ja bewegt sich noch der zappelt ist der hässlich was denn jagger noch warte ich gehe mal zu jugger noch aber ich glaube das schaffe ich nicht zu schmack schaffst du es jagger noch ist weg bei mir alter wasser alter aber verdammt bleib mal was was verliehen wir gerade ich glaube speed cola alles ist weg wie alles ist weg so ne bei mir ja ist ja klar weil du gestorben bist okay mix ammo gut gehen wir wieder zurück du hast ja jagger noch oder hast du jagger noch jo gut janda du hast noch kein jagger noch oder ne deswegen muss ich auch aufpassen so jetzt so jetzt mal richtig lass mich dann punkte machen ok ich brauche auch jagger noch ouch ok ich habe geniegend punkte nice aber mach das nicht so oft weil das wirst du öfters machen müssen auch verdammt ey wie kommen die immer rein normalerweise kommen hier nie welche rein nur wenn du zu nah am eingang bist glaube ich oder ich zu nah am eingang bin also die zombies werden immer krasser hm einer kommt zu dir rein oder ne doch nicht wow das sind meine bomben ah verdammt das gibt's doch nicht ey einmal nicht aufgepasst kannst du mal bitte reinkommen kann der krank leider nicht ok ich helfe ja bei mir ist ein crawler also kommst du ja ok egal aber es ist so scheiße ohne jagger noch da verliert man gleich immer ja ich bin tot ich bin tot ich bin tot ganz sicher aber wenn du es schaffst dann würde ich jetzt schnell Thundaker machen und zu mir rein kommen schnell 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 ok danke oh wieviel Downs hatte ich schon 4 ja lass dich mal am leben ich habe mir kurz jugger noch weil ohne alter ich bin jetzt schon zweimal gestorben ohne jugger noch oder dreimal he also ich weiß nicht ich glaube dreimal hm ohne jugger noch ist echt jetzt krass also runde 18 ich habe mir glaube kurz speedcoder hm ne würde ich nicht machen ok brauchst du nicht hm soll ich dann punchen gehen und das oder so ne erst wenn oder doch geh geh speedcoder kaufen weil die punkte bekommst du wieder rein weil dann kannst du die Thundergun äh punchen wenn die munition leer ist wenn du kein max ammo bekommst jo so also so bis 25 ist sie glaube ich noch run hat also dann kannst du sie noch mit einem schub weg weghauen glaube ich das da 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 hast du ein kranker bei dir ja der ist ziemlich ziemlich warte da können was oder so willst du dich anschleichen oder hm hoffentlich kriegen wir dann bald mal max ammo oder so weil dann kann ich die komischen Puppenbomben hier wieder auffüllen